Ich bin Albrecht Mangler von BELANDIA.de, verantworte dort das Online-Marketing und die Konzeption von Kampagnen. Wir sind eine Online-Buchhandlung auf der einen Seite mit starker Verankerung in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Google Plus und Co. Und gleichzeitig agieren wir als Dienstleister in eben diesen Netzwerken, um mit Verlagen gemeinsam dort Kampagnen für Bücher, für Reihen und auch für Verlage umzusetzen und sind gleichzeitig auch Ansprechpartner für Verlage, für Beratungen zum Thema Facebook vor allem zurzeit, aber auch alle anderen sozialen Netzwerke. Das macht uns auch in der Buchbranche zu einem Schauplatz der Digitalisierung, da wir neben E-Books und den anderen Themen, die gerade auch heiß diskutiert werden, auch bei Facebook und so weiter, auch eine sehr langjährige Kampagnenerfahrung eben in den sozialen Netzwerken zurückblicken können und deshalb auch für Buchmarketing 2.0 stehen.